Ich muss mich immer zurücknehmen, selbst. Für Sachen, für die ich gar nichts kann. Und wer hat sich mal um mich gekümmert? Gar keiner. Gibt es irgendwo einen Caster, der sagt, so, jetzt nehmen wir mal jemanden, die aus dem Dorf kommt, ja, die mal vielleicht nicht immer so freizügige Szenen machen will? Nee. Wenn man sagt, man will sich jetzt nicht auch hier, man will nicht, dass man da im WH umläuft. Nee, das geht nicht. Nee, dann nehmen wir jemanden, der sich da schon auskennt und kein Problem mit hat. Finde ich nicht gut. Ja. 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 Ja.